Tariqatuna, Astagfirullah, Hayruhi, Jamiya, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Meded ya Sultanul Avliya, meded ya Sultanul Ambiya, ya Rijalallah. Wir wissen nicht, wie wir den Sehen erreichen können. Es gibt Wege und Richtlinien. Das ist richtig. Auf der Basis der Scheria sagt uns der Herr, wie wir zum Sehen kommen. Es gibt zwei Arten und Wege zum Erlangen des Sehens, des himmlischen Sehens. Auf der Basis der Richtlinien, Gesetze, Verbote und Gebote lernt man das, wie man zum Sehen kommt. Das ist zu entscheiden zwischen Gut und Böse oder Gut und Schlecht oder Erlaubt oder Nichterlaubt, Verboten oder Geboten. Erstmal muss man das lernen. Und Allah sagt, du kannst den Segen, den himmlischen Segen erreichen, wenn du auf der Seite des Guten und des Schönen bist, was schön und gut in der göttlichen Gegenwart als schön und gut zählt. Aber das ist offiziell. Das ist auf der Basis des Offiziellen. Das ist wie in der Schule lernen. Das hat vielleicht Hand und Fuß, aber keine Seele. Das hat vielleicht einen Körper. Wenn du auf der Regen mit der Regen lebst und gehst, das Fleisch erreichst du den Körper des Segen, aber nicht die Seele. Und ohne die Seele bewegt sich der Körper nicht. Seyna Omar hat in zehn Jahren seiner Kalifatzeit Islam von Mekka, Medina bis nach Adria und China gebracht. So weit hat er das Licht von Islam hier bringen können. Und er war der 40. Muslim und der Schwert des Islam. Und mit ihm konnten die Muslime aufstehen und sich zeigen, erst mit ihm. So eine Power hatte er und so einen Einfluss im Islam. Er war Oma der Gerechte. Er war sehr pingelig in Sachen Gerechtigkeit, Hack und Batel. Also was Allah Recht und Unrecht ist. Er war sehr pingelig. Er war der zweite Kalif nach Seyna Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Und Seyna Mohammed, sein Makam, seine Grabstätte ist. Links von ihm ist Seyna Abu Bekir, der erste Kalif, sein bester Freund und Gefährte. Dann links von ihm ist Seyna Omar. Nur die beiden haben die Ehre, neben Seyna Mohammed zu liegen. Seyna Mohammed steht für Hakikat, Wahrheit. Seyna Abu Bekir präsentiert, er ist der Sultan auf Tariqah. Und Seyna Omar ist Sultan auf Scheria. So eine Position, so ein Rang hat Seyna Omar im Islam. Und noch mehr dazu, die wir nicht zählen können, was er für alles Ehren hat und was er alles für Islam gemacht hat, können wir nicht zählen. Als er gestorben war, hat man ihn, alles hat er in ihren Träumen gesehen. Er war in Schweiß gebadet und sah richtig mitgenommen aus. Und sie fragten, oh Omar, was ist mit dir passiert? Wir dachten, du bist schon längst im Paradies und liegst auf dem Rücken und amüsierst dich. Und er sagte, so denkt ihr das? Ja, du hast ja so viel für Islam getan. Wenn nicht einer ins Paradies kommt, wenn nicht du, wer soll denn kommen ins Paradies? Und Seyna Omar sagte, Leute, ich habe es gerade geschafft, hier aus der Rechenschaft Gottes, Gericht Gottes rauszukommen, endlich geschafft. Was er mir alles gefragt hat. Er hat mir solche Fragen gestellt, sodass ich dachte, ich gehöre in die, okay, oh Herr, öffne die Pforten von der Hölle und lass mich da reingehen. Und so verzweifelt war ich. Gerade, wo ich meine Hoffnung fast verloren hatte, hatte er mir gesagt, oh Omar, schau an meine Leinwand, göttliche Leinwand, schau mal, was du da getan hast. Und ich sah mich aus dem Haus gehen. In der Leinwand Gottes habe ich mein Leben gesehen. Einen Tag von meinem Leben, wo ich aus dem Haus rausgehe und sehe, da sind Kinder, die spielen mit einem Spatz, den sie gefangen haben. Die Kinder hatten einen kleinen Spatz gefangen, gebunden an einem Seil und dieser kleine Vogel will wegfliegen, kann nicht. Und sie quälten und sie hatten ihre Freude mit diesem kleinen Vogel. Das tat mir leid, dieser kleine Vogel. Und ich kam zu den Kindern und sagte, oh Kinder, hier habt ihr Geld, kauf euch was Süßes und verkauf mir diesen kleinen Spatz. Und die Kinder freuten sich, dass sie so ein gutes Geschäft mit mir gemacht hatten, haben in Freude mir den Vogel verkauft. Und ich nahm den Vogel und bindete ihn los. Und dann, das war der schönste Moment meines Lebens, wie diese kleine Spatz hier frei wurde und weggeflogen war in Freude. Und das war der schönste Moment meines Lebens, dass ich ihm Freiheit schenkte. Und der Herr, Allah, zeigte mir genau, dass dieses Abschnitt von meinem Leben und sagte, hast du dich erkannt, Omar? Lass uns mal zusammen hier, lass uns anschauen hier. Das war doch ein Happy End, oder? So ein Drama zu einem glücklichen Happy End. Hat es dir gefallen, dieser Film? Oh Herr, ja, sagte ich. Das ist einer der schönsten Momente gewesen. Weißt du, Omar, mir hat das auch gut gefallen, dieser Film von dir. Ich und meine Engel, die Zuschauer, haben einen schönen Film von dir gesehen. Das sind eure Verständnis, Leute. Du hast aus einem Drama eine schöne Geschichte gemacht mit Happy End. Von deinem ganzen Leben, was ich mir angeschaut habe, oh Omar, was du alles für Islam gemacht hast hier, eine Seite. Das waren alles Actionfilme von dir. Auch wenn ich auf Action stehe, Omar, Romanzen und Liebesfilme gefallen mir auch gut. Alles, deine Action hätten dich nicht ins Paradies gebracht, oh Omar. Alles, was du für Islam gemacht hast, waren gute Sachen, aber du hättest dir dann noch nicht das Paradies verdient gehabt. Aber dieses Sehne hier, gerade dieses Erlebnis, dieser Abschnitt von deinem Leben hier, hat mir sehr gut gefallen. Das mit dem Spatz. Hat Spaß gemacht. Dieser Spatz, dieser kleine Spatz, in Angst, sein Herz flattert und dann plötzlich schenkst du ihm Freiheit. Diese Freude des kleinen Vogels habe ich gespürt, Omar. Und zu ehren, dieser Vogel. Nur wegen dieser kleinen Sache, aber großer Sache, kommst du ins Paradies. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir wegen dieser Sache hier, was du mit dem Spatz gemacht hast. Und ich hatte überhaupt keinen Wert gelegt, sagt Sehne Omas zu den Sahabes in ihren Träumen. Ich hatte überhaupt keinen Wert gelegt und ich hatte das schon längst vergessen, diese kleine Sache. Über diese Tat von mir hatte ich überhaupt keinen Wert gelegt. Das war nichts für mich. Für mich war das eine Sache, was keinen Wert hatte, nicht so wichtig wäre. Und das, was für mich nicht so wichtig war, für Allah, dem Herrn, war das Wichtigste überhaupt, was ich in meinem Leben getan hatte, für Allah. Und Allah sagte, oh Omar, ihr alle könntet niemals viel gemacht haben für Islam, mehr als ich. Hättet ihr nicht geschaut. Ich beschütze Islam. Aber das hier mit dem Vogel, das ist dein Werk. Du hast den Vogel beschützt. Ich beschütze den Islam, nicht ihr. Und er sagte zu den Sahabes, Leute, das soll eine Lehre für euch sein. Egal, wie klein eine Sache ist, eine gute Sache, macht das. Wir wissen nicht, was für einen Maßstab Allah hat und wie er das benutzt. Vielleicht für das, was für dich ganz klein war, ist ganz groß für Allah. Und was für dich ganz groß war, hat keinen Wert bei Allah. Als die Sahabes aufgestanden waren zum Gebet und zusammenkamen, jeder sagte, ich habe Omar gesehen. Und sie haben das Gleiche gesehen. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich habe erlebt in Zypern, wo Mevlana Scheich Nazem kam, nach dem Gebet und zu den Dervischen und allen sagte, geht in den Garten und pflegt den Garten. Alle, geht arbeiten im Garten. Marsch, marsch. Alle, ging da, blieb der eine hier, der sich wie Scheich führte. Er saß zu mir und sagte, du musst nicht gehen. Du bist ja ein Stadtmensch. Mach dich nicht dreckig, hat er zu mir gesagt. Ich war gerade zu gehen, aber hat er ja gesagt, brauchst du nicht. Dankeschön. Was soll ich dann machen, Mevlana, habe ich gesagt. Er sagte, schau dir die anderen an. Dieser eine Bruder blieb da und fühlte sich nicht angesprochen. Mach den Koran auf und lass den Koran. Nach einer halben Stunde kam Mevlana wieder zurück. Ich sitze da und er liest seinen Koran. Nur der Bruder da und ich. Als er diesen Derwisch gesehen hat, war er sowas von wütend. In Zorn geraten. Du, Tia, hat er gesagt. Haiwan, was machst du hier? Habe ich nicht gesagt, in den Garten mit dir? Ich lese Koran. Ich lerne Koran. Er sagt, Mevlana, du kannst nicht Koran lernen gegen Korangebote. Ich bin Koran und ich habe dir gesagt, geh in den Garten und du hast kein Ohr für mich. Du kannst lesen bis in die Ewigkeit. Dieser Koran wird dir nichts bringen, hat er gesagt. Wenn du nicht mein Wort hörst, wenn du mich nicht verstehst, das wirst du nie verstehen. Ich bin Koran und du hast kein Ohr für mich. Aus meinen Augen hat er gesagt, geh wieder zurück nach Deutschland. Ich war glücklich, dass ich nicht Koran lesen konnte. Ich hatte kein Koran in meiner Hand, ich saß nur so. Koran kannst du lesen von einer Ewigkeit bis zur anderen Ewigkeit. Wenn das für dich ist, bringt das nicht. Der gläubige Mensch wird immer einen Segen bekommen, wenn er alles seine Taten für einen anderen ist, nicht für sich selbst. Und wenn du Sikir von Tag bis Nacht, von Nacht bis Tag und tausend Jahre Leben hättest, nonstop Sikir und Gebete gemacht hast, wenn das für dich war, hat es keinen Sinn und Segen. So viele Gelehrten werden in die Hölle gehen, von jüdischen, von christlichen, von muslimischen, Imamen, Gelehrten, weil sie alles Koran und alles Heilige Buch für sich selber, damit sie sich rühmen können, damit sie über die anderen herrschen können, gelernt haben. Sie gehen alle in die Hölle. Das wird sie nicht bringen als Segen, aber kein Segen. Macht etwas ganz Winziges, aber macht für jemand anderen, macht einen anderen, euren Nächsten glücklich mit euren Taten, auch wenn das winzig ist, dann hat das Segen. Niemand hat sein Glück in seiner Hand, aber alle Menschen versuchen genau das. Sie wollen, dass ihr Glück in ihrer Hand ist. Das werden sie nie schaffen, deshalb sind sie enttäuscht und werden enttäuscht werden. Das Glück eines jeden ist in der Hand seinen Nächsten. Deshalb muss er erst mal den anderen glücklich machen, damit er auch selber glücklich geworden ist. O Omar, weißt du, in welche Richtung dieser Spatz hingeflogen ist? Nein, o Allah. Dieser Spatz flog in meine Richtung. Bis in meine Gegenwart kam dieser Spatz und machte viel Sprache für dich. Shafa, viel Sprache. Und er sagte zu mir, o Allah, verbiete die Hölle, Omar. Öffne das Paradies für immer. Er hat mich glücklich gemacht. Deshalb macht alles, ob klein oder groß, alles Gute. Allah weiß es zu schätzen, möge es zu schätzen müssen. Nicht wir sollen es zu schätzen müssen. Groß und er wird es messen. Nicht nach unserem Ermessen, Abdul Hadi, nach seinem Ermessen wird alles beurteilt. Fatih.